Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Und solltest du hier neu sein, hi, mein Name ist Claudi, ich mache hier super gerne Schminkvideos und auch Hauls, Unboxings, Reviews. Ja, ab Sommer ungefähr, Adventskalender-Unboxings. Und solltest du hier neu sein, zöger nicht und abonniere super gerne meinen Kanal. Ich würde mich mega freuen, wenn wir hier wachsen dürfen und ja, vielleicht dieses Jahr gemeinsam zu den 40.000 laufen würden. Das ist ein großes Ziel, aber ich würde mich hart freuen. Heute möchte ich gerne mit euch im Rahmen des Hashtag Ungeschön-Formats, was die liebe Sarah Isabel und ich natürlich auch in 2024 fortführen. Einmal einen Blick auf die ganzen Limited Editions, die 2023 rausgekommen sind, werfen. Ich habe mal meine Sammlung durchforstet und geschaut, ob ich da ein Fullface zusammen bekomme. Fast. Bei dem einen oder anderen Produkt muss ich ein bisschen tricksen. Und ja, ich freue mich sehr drauf, dann auch das Video bei der lieben Sarah Isabel heute um 19.30 Uhr zu sehen. Genau, die ist die Queen of Limited Editions. Die stellt die vor, bevor es überhaupt irgendwo in den Läden erscheint, gefühlt. Und heute starte ich einfach mal mit dem Primer aus der Winnie-Pooh Limited Edition von Catrice. Und ich finde es immer so schade, wenn man halt die Produkte, also wenn man sie kauft, wenn man sie dann halt hat, wenn man sie gerne mag und dann irgendwann so gerne mag, dass man sie am liebsten nachkaufen würde, was bei den meisten dieser Produkte leider nicht so einfach ist. Also manches kriegst du vielleicht noch irgendwie auf Kleinanzeigen oder so. Aber das meiste, was ich dir hier vorstelle, gibt es so leider nicht mehr. Sollte ich es dennoch irgendwie finden, dann ist dazu ein Link in der Infobox drin. Genau, ansonsten muss man halt einfach Glück haben und auf diversen Portalen die Produkte finden. Oder wie bei manch anderem Produkt, was ich euch hier zeige, ist es entweder ein Produkt, was quasi aus dem Standardsortiment ist, nur halt mit einer anderen Verpackung. Oder wie jetzt zum Beispiel bei manchen Catrice-Produkten, die haben jetzt ja gerade auch die Sortimentsumstellung. Ich glaube, dass so manche Limited Edition so eine Art Testlauf ist und dann wird es in Standardsortiment gepackt. Also das würde ich mir bei manchen Produkten hier wirklich total wünschen, weil die echt gut sind. Ansonsten wären die nämlich gar nicht mehr in meiner Sammlung. Der Primer schenkt übrigens einen zarten Glow. Also der gibt ein feuchtigkeitsgespendetes Gefühl. Das ist auch ein bisschen bappig dann. Also die Foundation wird darauf wahrscheinlich sehr gut halten, hoffe ich. Denn ja, hier ist natürlich auch gleich eine Fancy-Foundation am Start, die sehr wahrscheinlich auch von Sarah Isabel verwendet wird. Erstmal verwende ich aber aus der Chili Vanilli Collection. Die ist jetzt recht frisch gewesen. Ich glaube im Dezember. Aua, war das dann der Fall. Habe ich hier den, ja eigentlich Under-Eye-Brightener, ne? Brightening Under-Eye-Cream. So ein bisschen wie der Under-Eye-Brightening-Corrector von Catrice, nur halt in flüssig. Und das ist heute dann auch quasi mein Concealer. Und die Pinsel, die ich verwende, kommen übrigens alle von Spectrum. Hoffentlich wird die Foundation Into the Jungle von Rival de Loup jetzt so richtig was Schönes auf meinem Gesicht machen. Im Sommer war die super. Mal gucken, wie sie jetzt im Winter ist. Wahrscheinlich ein bisschen dunkel. Erinnert mich auch von der Farbe her. Ein wenig an das Magic Finish von M. Asam. Ist meiner Meinung nach von der Konsistenz her aber ein kleines bisschen, ich würde mal sagen, öliger. Ja, ja, will nicht so gerne mit dem Primer funktionieren. Also eine leichte, leicht vor allem, ne? Eine Würstchenbildung habe ich hier. Das ist halt manchmal der Fall, wenn man halt, ja ich sag mal, was Wässriges verwendet und was Öliges. Das will manchmal nicht so ganz miteinander funktionieren. Ich finde es auch ziemlich mutig, so eine Foundation in eine Limited Edition zu packen, weil es da auch wirklich nur die eine Farbe von gab. Aber ich glaube, wir haben relativ Glück. Also es sieht nicht ganz so furchtbar aus, wie ich das befürchtet hatte, was ich sehr gut finde. Trotzdem muss ich das auch ein bisschen an den Hals geben, weil das alles gerade gerne in einer Farbe sein möchte. Auch wenn ich das nur leicht auf dem Hals verteile. Die Würstchen-Party wird dann einfach so nach unten wegge... Wo sind? Oh Gott, ja. Es ist halt einfach so, ne? Also theoretisch ist das auch eine Foundation oder ein Make-up. Ein, doch, das ist ja eine Foundation. Was ich halt selber sette. Theoretisch brauchst du da eigentlich auch gar keinen Primer drunter, sodass man auch gar nicht diese Probleme hätte. Ich finde es jetzt in diesem Moment nicht ganz so optimal. Eben wegen der Reaktion mit dem Primer. Finde dieses Make-up aber eigentlich total schön. Leicht perfektioniert setze ich mir schon mal den Lidschatten-Primer drauf. Auch das von Essence, der Eyeshadow-Primer aus der König der Löwen Limited Edition. Das war ja auch eine Sister Love Collection, glaube ich, oder? Das war doch die Kollektion. Da kommen wir nämlich auch noch gleich zu, wo auch Sachen aus dem Dschungelbuch bei Catrice am Start waren. Auch hier wieder eine sehr silikonige Kiste. Und ich finde es ziemlich witzig, dass ich hier vor allem Limited Editions aus der Drogerie habe. Denn ich habe eigentlich auch immer wieder so High-End Limited Editions. Aber dieses Jahr, beziehungsweise letztes Jahr, war ich da gar nicht so aktiv. Keine Ahnung, warum. Ja, der ist eher durchsichtig. Also da siehst du jetzt keine wirkliche Tönung auf dem Auge. Als nächstes verwende ich eine LE von Avaline Cosmetics aus dieser Schoko LE. Die Nummer 02 habe ich ja als Cream Bronzer. Und ja, die gibt es bei Cosmetic for Less, glaube ich, immer noch. Und da könnt ihr mit meinem Code Claudie15 auch 15% drauf sparen. Dann nehme ich mir hier einfach mal so einen Foundation-Pinsel. Ich glaube, das war jetzt zu viel. Und trage mir den einfach auf. Der hat einen leichten Glow mit drin. Sieht jetzt ein bisschen verrückt aus. Ich schaue mal, ja, mit der Foundation arbeitet der jetzt gerade nicht ganz so Hand in Hand. Aber, naja, wir verteilen den jetzt erstmal ganz entspannt. Und wenn du mehr Bock auf Reime von mir hast, schaue im Pelletier Verlag vorbei. Da habe ich vergangene Verse. Das ist ein Buch von mir rausgebracht. Das ist jetzt mein drittes Buch, welches ich im Pelletier Verlag veröffentlicht habe. Auch das 2023 rausgekommen. Und auch das eigentlich in der Mitte der Edition, weil weit weg ist, ist weg, ne? Ja, habe jetzt einen leichten Bronzy-Effekt auf meinem Gesicht. Und alles ist aber jetzt noch relativ matt. Mal gucken, ob das jetzt noch sich verändern wird. Ich habe jetzt aus der Secret Garden der Mitte der Edition die Face & Chic Palette, auch von Catrice. Also Catrice ist hier wirklich sehr viel vertreten. Und da trage ich mir erstmal den Blush auf. Und ich glaube, dass das hier so ein Testprodukt war, weil die doch jetzt auch so eine Face-Palette in Cremeform im Standardsortiment rausgebracht haben. Also, ne? Haben wir jetzt hier auch im Gesicht. Oh, mir fällt was ein. Leute, jetzt, wo wir beim Blush sind. War das hier nicht auch eine LE, die dieses Jahr rausgekommen ist? Die Revolution Findet Nemo LE habe ich hier in der Farbe Dory. Und den trage ich mir auf der anderen Seite auf. Ja, das machen wir so. Okay, ich habe mir die sehr, sehr, sehr krass korallige Farbe scheinbar ausgesucht. Ich habe auch noch andere Farben aus der LE, aber den möchte ich jetzt mal auf dieser Seite auftragen. Da habe ich einfach mal ein bisschen Bock drauf. Und auch das ist, glaube ich, ein Produkt, was dann später im Standardsortiment war oder was vorher schon im Standardsortiment war. Diese Dewey Blushes von Revolution, ne? Da haben wir auch den ein oder anderen von in Adventskalendern gesehen. Zum Beispiel im Purish Adventskalender. Und ihr findet auch noch viele Limited Editions bei Purish und könnt damit, ich glaube, aktuell Claudies Welt 15 wieder 15% sparen. Das ist immer je nach Aktion. Ich glaube, dass die letzte, ja, jetzt am 19. gestartet ist. Und das Video kommt ja Ende des Monats raus. Also müsstet ihr jetzt mit Claudies Welt 15 15% bei Purish sparen können. Auf ausgewählte Marken. Genau, und der Blush ist halt auch wirklich wie diese Dewey Blushes, ne? Eher zurückhaltend, wobei man ihn trotzdem halt sieht. Und hier habe ich jetzt aber irgendwie nicht wirklich Blush drauf. Also das hätte ich jetzt gedacht, dass da wohl mehr drauf kommt. Ah, okay. Es ist hier oben drauf ein bisschen getrocknet, weil das natürlich Creme-Produkte sind. Und wenn die vielleicht eine Weile nicht verwendet werden, dann trocknen die ein bisschen. Aber, ja, jetzt kommt er. Uh, und wie! Und jetzt kann ich damit im Dunkeln leuchten. Wow! Der kommt jetzt auch mit auf die andere Seite. Den muss ich verteilen. Das ist ja, uiuiui. Das ist also verrückt. Vielleicht ein bisschen hier mit dem Chili-Vanilli-Schwämmchen verblenden. Das, also, kratzt an der Oberfläche und du kriegst einfach die volle Ladung, ne? Mhm. Ja, hier habe ich ein bisschen jetzt gepatzt, ne? Das sieht blöd aus. Och, Mensch, Claudi. Was soll das denn hier? Naja, was soll ich sagen? Wir brauchen dann auf jeden Fall nachher einen knalligen Augenlook. Ansonsten, ja, sieht das, glaube ich, sehr verrückt aus. Aber ich habe ja gleich auch noch ein paar andere Produkte, die vielleicht auch noch bei der Rettung helfen könnten, weil das sieht jetzt ja sehr verrückt aus. Nun, ähm, ich verbinde jetzt erstmal eine Lippenpflege. Da habe ich von, ähm, Alverde aus dieser Blossom Limited Edition das Lippenöl. Das ist hier. Und ich mag Lippenöl ja total, ne? Also das ist so richtig schön pflegend und, äh, eine Kombination aus Lipgloss und Lippenpflege halt. Das riecht auch nach irgendwelchen so sauren Süßigkeiten, nach Apfelringen. Cool. Nun ja, äh, ich weiß jetzt nicht, ist das aus... Ne, ich wollte noch einen, äh, Highlighter verwenden, ne? Dann nehme ich auch mutig, wie ich bin, den hier. Trag mir den erstmal hier ein bisschen auf und hier. Und arbeite mir den dann auch mit dem Pinsel ein, den ich aber vorher erst ein bisschen sauber machen muss. Und genau, der war nämlich auch recht intens. Geht wirklich am besten mit dem Finger, mit der Körperwärme. Mal gucken, wie die das mit den Standardsortimentprodukten gelöst haben. Also das Standardsortiment, das neue Sortimentsupdate, ne? Ist nämlich, äh, gestern gelauncht worden. Also, ich drehe das Video am 4. Januar. Und am 3. Januar ist das Sortiment veröffentlicht worden. Da habe ich natürlich auch schon mal eine Bestellung zu abgegeben. Aber da werde ich natürlich die Palette gegen diese hier mal antreten lassen, um zu gucken, wie da so die Unterschiede sind und inwiefern sich, ähm, Catrice an der LE orientiert hat. So, jetzt versuchen wir mal... Ich müsste eigentlich nicht unbedingt Puder verwenden, aber ich mache es jetzt einfach mal. Ja, aber ich nehme nur ein leichtes. Ich hätte noch zwei andere. Die lasse ich jetzt aber einfach mal außen vor, oder? Ne, lasse ich nicht. Ähm, ich glaube aber, die Brilliant Crush Brightening Under-Eye-Setting-Powder-Geschichte ist die von Dezember 2022 oder von Januar 2023. Das weiß ich gerade nicht. Ach, ich verwende das jetzt einfach mal trotzdem. Weil ich meine, dass ich da auch das ein oder andere Video von gesehen... Oh, da kommt viel raus. ...von gesehen habe, als ich eben nämlich auch recherchiert hatte, aus, ähm, Dezember. Aber da weiß ich jetzt nicht mehr, ob das Ende Dezember war oder so. Also, keine Ahnung, ob das dann während, äh, Januar auch und während 2023 auch in den Theken stand. Ich gebe mir das auf den Mini Giacomop. Das ist auch eine Limited Edition, denn den hat Maxim jetzt überarbeitet und in etwas Größe herausgebracht. Und dementsprechend gibt es diese kleinen Puffeldinger nicht mehr. Und, ja, deswegen ist das natürlich auch Part dieses Videos. Das im Asa Magic Finish Satin Compact Powder in Ivory habe ich in einer anderen Verpackung mir letztes Jahr gekauft als in der Standardverpackung. Das habt ihr auch schon ein paar Mal im Video gesehen. Da ist irgendwie die Oberfläche angerissen. Es hat gebröckelt. Und, äh, eben als ich das aus dem Schrank genommen habe, ist da auch noch ein Teil von abgebrochen. Also, ganz blöd. Ähm, ja, ist, wie es ist. Ich gehe jetzt hier mal mit dem Pinsel so ein bisschen rein und sette ganz leichter mit meinem Gesicht. Das ist ein Puder, was auch eine leichte Färbung mit drin hat. Das heißt, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man das Gesicht dadurch jetzt nicht irgendwie zu dunkel macht, ne? Ja, meine Mr. Fritz habe ich hier natürlich jetzt nicht unbedingt abgedeckt bekommen beziehungsweise sind mittlerweile ausgezogen. Igitt. Mr. Fritz. Ja, BHA lässt grüßen, ne? Das hat auf jeden Fall geholfen. Nun, Gesicht ist gesettet. Jetzt können wir nochmal so ein entsprechendes Finish darüber geben. Da habe ich aus der Beauty Essentials Reihe diesen, ähm, ja, total fan... dieses fancy Produkt von Kiko. Eigentlich ist das sowohl Primer als auch Puder in einem. Ganz verrückt. Also, Blurring Primer and Perfecting Powder. Ich würde es jetzt einfach mal als, äh, Finishing Powder verwenden. Das ist so ähnlich wie das von, äh, Chante Kai. Das hat man ja auch, äh, dieses Jahr immer mal wieder auf Social Media gesehen. Und, äh, was gibt's denn noch? Nas hat auch so ein ähnliches Puder. Das ist halt super fest von der Oberfläche her. Ja, also, wenn du so drüber reibst, ihr seht's ja, ne, musst du schon ordentlich reiben und hast dann so was am Finger. Ganz verrückt. Wenn ich einmal durchgehe, habe ich auch nur so ein bisschen was Seidiges dran. Also, ne, wenn du mit dem Pinsel reingehst, nicht wundern. Das hatte ich damals, als ich das Naspuder das erste Mal verwendet habe, dass ich mir gedacht habe, machst du eigentlich irgendwas mit meinem Gesicht? Ja, macht es. Aber nur einen Hauch von. Es macht auf jeden Fall, dass das Gesicht nicht mehr so super, super, super matt aussieht. Ne? Genau. Jetzt kommen wir zu einem Bronzer. Und den habe ich hier in der Palette von Catrice aus der Dschungelbuch-Collection. Wie süß, ne? Mit Balou und Mowgli. Und, äh, da verwende ich jetzt den, ähm, Sparing Partner. Sparing? Sparing Partner. Das ist dieser hier. Und trage mir den einfach mit diesem fluffigen Pinsel entspannt auf. Okay. Ich musste erst mal ein bisschen antesten. Das ist ein wirklich sehr, sehr dezenter Bronzer. Ne? Also, nichts Wildes. Wenn man es intensiver will, kann man dann mit diesem nochmal drüber gehen. Aber ich finde, ich habe hier schon genug angestellt. Und was Farbe in meinem Gesicht angeht, da reicht ein leichter Bronzer erst mal. Sagte sie und wird gleich auch noch Blush und Highlighter drüber geben. Egal. Jetzt habe ich mein Gesicht wieder so ein bisschen remodelliert und verwende eine Blush-Palette. Und da kommen wir jetzt auch mal zu einem High-End-Produkt. Und zwar hat Luna Beauty zusammen mit Laura Lee die Full Fantasy Collection auf den Markt gebracht. Und da habe ich jetzt die Blush-Palette. Fantasy-Blush-Palette. Und Leute, die kann was. Also, theoretisch hat man hier Blush-Bronzer und Highlighter. Bei den Bronzers ist es so, dass der sehr, sehr warm ist. Die Highlighter-Töne sind schon relativ dunkel. Aber die Blush-Farben, die finde ich wundervoll. Und jetzt trage ich mir einfach Peachy Keen auf. Das ist dieser Ton hier. Also, wirklich ein Pfirsichfarbener Ton. Und ja, toppe den hier noch einfach mal so ein bisschen drüber. Auch der ist eher dezente unterwegs. Man kann natürlich durch das Pink-Tönchen hier drin noch sehr, sehr kühl vom Blush her werden. Und durch diesen dunkel-beerigen Ton kann man auch noch richtig schöne Herbst-Looks zaubern. Also, das passt da auch sehr, sehr gut. Aber so möchte ich es jetzt gerade einfach nur aufgetragen haben. Denn jetzt verwende ich auch noch einen Highlighter. Und zwar hat Maxime dieses Jahr, beziehungsweise 2023, mit Riva Loves Me eine Collection auf den Markt gebracht. Und zwar die Galaxy by Maxime Limited Edition. Wo ich auch freundlicherweise zum Event eingeladen wurde. Und da auch meine wundervolle Sarah Isabel getroffen habe. Und ich bin einfach gespannt. Der hat ja jedes Jahr jetzt eine Collection auf den Markt gebracht. Einmal, nee, zweimal mit Catrice. Einmal mit Rival Loves Me. Und nochmal mit Rival Loves Me. Oh, teilweise waren es dann doch sogar zwei. Und ja, mit Lovia hat er ja ganz am Anfang auch schon was rausgebracht. Ich bin super gespannt, was er 2024 für uns bereithält. Und auch mit welcher Marke. Also, da, ja, bin ich gespannt. Wie ein Flitzebogen kann man nicht anders sagen. Und der Mann kann wirklich alles rausbringen. Ich würde es wahrscheinlich hart feiern. Weil ich einfach weiß, dass er damit Sinn und Verstand bei ist. Und Herzblut reinstecken wird. Also von daher, ich warte gespannt. Und ja, lass mich dann einfach mal überraschen. Als Augenbrauenprodukt habe ich jetzt kein Limited Edition Produkt. Als Farbprodukt. Produkt, Produkt. Aber ich finde, dass Floresis Produkte herausbringt, die jedes für sich aussehen wie eine L.E., oder? Und hier habe ich einmal den Augenbrauenstift. Und ja, aufregend. Ich habe meine Fingernägel gar nicht gemacht. Sie sehen auch sehr schlimm aus. Ich bin hier nämlich aktuell ziemlich viel am Rödeln aufräumen, Pakete packen und so weiter. Da lohnt sich das nicht unbedingt, sich die Nägel zu machen. Aber vielleicht bin ich einfach mal so fancy und mache die heute Abend dann doch mal. Und hier habe ich als Farbe die 05. Da hatte ich, glaube ich, Anfang des Jahres oder im Frühjahr die Kooperation mit Floresis. Und ich war echt hin und weg. Das war ungefähr zum gleichen Zeitpunkt, als auch die erste Denisa, oder die Denisa Malericks Lightwork 4 Palette rausgekommen ist. Und da war ich, also wirklich hin und weg, was Make-up alles so drauf hat. Und auch so von den Packagings her, ne? Wahnsinn. Und ja, ich erinnere mich, es war doch etwas dunkel, ne? Ups. Und dennoch möchte ich das Ganze gerne fixieren. Und ich meine, dass ich dieses Produkt auch verwendet habe, als Sarah, Isabelle und ich im Sommer so ein Fullface L.E.s auch geschminkt haben. Aber da war es ein generelles Fullface L.E.s. Ja, Essence hat mit Katjes zusammen diese Grünohrhasen-Kollektion gemacht. Und das ist eigentlich ein Standardsortimentprodukt. Also das ist eigentlich ja in dieser blauen Verpackung. Und in dieser L.E. haben wir es dann nochmal in der grünen gefunden. Ist aber eigentlich gleiche Verpackung und auch das gleiche Inhaltsprodukt, wie auch immer, ne? Also nichts total Verrücktes. Und ja, verwende ich für meine Augenbrauen. Ist solide als Augenbrauengel. Ist jetzt aber nicht so ein Festtacker-Augenbrauenprodukt, wie das bei denen der Fall ist, die ich normalerweise verwende. Lidschatten, Leute. Odens Eye hat ja nochmal zum Ende des Jahres diese Christmas-Collection rausgebracht. Und die Hey Reindeer-Palette wollte ich unbedingt nochmal mit euch zusammen testen. Jemals vor der Kamera. Ich habe sie auch noch gar nicht verwendet. Ich war da bislang nur mit meinen Fingerchen drin. Ich habe sie aber noch nicht auf dem Auge getragen. Und ich freue mich da jetzt so drauf, das endlich zu machen. Und ja, genau. Also, die Folie ist nämlich noch drauf. Die nehme ich jetzt mal runter. Das ist einfach bunt, ne? Und sehr hübsch. Also, die haben ja auch die Snowman-Palette rausgebracht gehabt, die ich auch sehr, sehr hübsch finde. Und ja, das hier ist dann eher so die bläuliche Variante davon. Wir starten. Wir machen einen blauen Look, ne? Ja, es passt zu meinem Oberteil. Es passt irgendwie. Wir starten mit Cider. Das ist dieses wunderschöne hellblaue Tönchen. Und da gehe ich ganz entspannt mit einem Blendepinsel rein und trage mir den ja auf meinem beweglichen Lid auf und auch in meiner Lidfalte. Und ich muss gerade daran denken, wenn ihr das Video seht, habe ich, glaube ich, aktuell einen Dalton-Code. Da könnt ihr mit meinem Code, den ich euch mal einblende, den kenne ich noch gar nicht, ganz schön viel sparen. Und schaut da gerne mal vorbei. Also, es müssten mindestens 20 Prozent sein, wenn nicht sogar 25 Prozent. Mal gucken. Weil dann war ich ja quasi, wenn ihr das Video seht, am Wochenende vorher auf dem Event und habe dann auch die wundervolle Nicole von Shigitas Place dort vor Ort getroffen. Oh, wie aufregend. Was eine wunderschöne Farbe. Wirklich. Also, das gefällt mir richtig gut. Wie leuchtend das aufs Auge kommt, ne? Das ist auch nicht selbstverständlich, weil das ja eher so ein Pastelltönchen ist. Dann nehme ich den Ton Ivy. Das ist dieser leicht petrolfarbene Blauton. Ne, das ist ein Petrol. Ein helles Petrol, aber ein Petrol. Und den setze ich mir hier außen hin und blende den auch leicht in meine Lidfalte. Ich kann es noch einen Tick abdunkeln, auch wenn es jetzt so schon richtig schön aussieht. Dann so einen hellen Schimmerton drauf. Eigentlich hast du dann schon so einen richtig schönen winterlichen Look, ne? Aber ich nehme mir jetzt mal den Ton Holly. Das ist dieser hier. Und den, der ist so ein bisschen jeansblau, ein bisschen aschiger. Den setze ich mir nur hier außen in so tupfende Bewegungen hin. Und damit mache ich da noch so eine kleine Schattengeschichte, damit mein Auge etwas größer wirkt und das Schlupflied nicht ganz so schlupfig. Ich setze mir auch so eine Mischung aus Ivy und Holly, also Ivy nach innen und Holly nach außen, an meinen unteren Wimpernkranz. So schaut das dann aus. Sehr, 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 sehr schön für so helle Blautöne, ne? Und jetzt mache ich mir, einfach damit die Schimmertöne gleich besser halten, noch ein bisschen was von meiner Lidschattenbase auf mein bewegliches Lid. Ich bin fancy, Leute. Ich gebe mir jetzt den Ton Slay. Das ist so ein richtiges Gold. Gold, 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 ne? Das setze ich mir hier auf mein bewegliches Lid. Oh mein Gott, es ist wunderschön. Und dann nehme ich mir den Ton Christmas Ham. Das ist so ein, ja, sehr, sehr flockiger Ton, der sich auch leicht cremig und nass anfühlt. Da muss man ein bisschen aufpassen. Und den setze ich mir in mein inneres Drittel rein und auch in meinen Innenwinkel. Der hat so ein rosa Schiff. Oh. Schon gewagt, aber ich mag es gerne leiden. Passt, passt, passt definitiv. Ihr bekommt Odenseye übrigens ganz normal online. Und das ist eine Marke, die sitzt in Schweden, müsste das sein. Das heißt, es ist in der EU. Ihr müsst euch keine Sorgen um Zoll machen. Und ja, die Produkte, weiß ich nicht. Ist die LE noch verfügbar? Dann ist natürlich ein Link dazu in der Infobox. Ansonsten sind die Anna Litschern Paletten natürlich auch der Hammer, die es dort gibt. Also gar keine Frage. Schaut einfach gerne mal vorbei, wenn ihr möchtet. Ich kann es voll empfehlen. Das ist so eine richtig tolle Indie-Brand. Und kommen wir zu einem Eyeliner. Und da habe ich hier aus der Emily in Paris Limited Edition von Essence den Creamy Eyeliner. Der schaut einmal so aus. Und da nehme ich mir dann natürlich auch nochmal den Wing mit. Und ich nehme den Wing mit, genau. Ich gönne mir diesen Eyeliner. Das ist so ein Pöttchen, also wirklich ein Creamy Eyeliner, halt mit einem Pinsel. Da geht man dann in den Deckel rein, gibt sich den dann auf den Pinsel und kann sich damit einen Eyeliner ziehen. Super präzise wird man damit hinten nicht werden bei dem Wing. Aber ich finde, dass es recht sauber aussieht und sich auch relativ leicht verarbeiten lässt. Also du hast hier halt nicht das Problem, dass es dir zerfließt oder sowas. Das hat man ja auch sonst bei flüssigen Eyeliner mal ganz gerne. Das ist halt bei so einer Art von Eyeliner nicht der Fall. Und deswegen fand ich es irgendwie fancy, dass sie den hier mit in die LE reingebracht haben. Ich habe damit jetzt auch nicht so einen Mega-Wing gezogen, weil das würde ich hier mit nicht hinkriegen. Als nächstes Produkt verwende ich aus der Disney Mickey & Friends Collection mit Essence, dieses Relaxing Fixing Spray. Und ja, das mag ich ehrlich gesagt auch relativ gerne. Das ist ganz schön. Spuckt nur ein bisschen. Und es soll halt, glaube ich, das Relaxing geben, eben weil das ein bisschen nach Lavendel riecht oder so. Meine Wimpern werden natürlich, bevor ich die Mascara auftrage, gebogen. Da habe ich ja auch meine Catrice Wimpernzange. Ich liebe sie. Das ist aber keine Limited Edition, die kann man so ganz normal zum Beispiel bei Cosmetic for Less oder so kaufen. Ich habe zwei Mascaras hier. Ich glaube, ich verwende sie beide. Das ist einmal die Celebrate the Day Limited Edition Travel Mascara von Rivalde Loup. Und die aus dem Standardsortiment eigentlich Catrice Lash Changer aus der Winnie Pooh Collection. Und ich habe zwei Augen, deswegen verwende ich zwei Mascaras. Oh ja, weil die auch sehr unterschiedlich von Bürstchen hier sind. Das ist, glaube ich, auch eine ganz fancy Kiste. Beziehungsweise so unterschiedlich auch nicht. Also ich habe ein Gummibürstchen und ich habe ein Faserbürstchen. Witzig, die sind echt fast identisch lang. Genau. Also ein Gummibürstchen, ein Faserbürstchen und beide sind Tannenbaumförmig. Und dann gucken wir mal, was das jetzt mit meinen Wimpern als Unterschied machen wird. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Beide Mascaras haben ihre Vorzüge. Also wir haben bei der Rival de Loup Mascara auf jeden Fall ein deutlich, ja, wie soll ich das sagen, ordentlicheres Ergebnis. Also auf der Seite. Und hier ist das Ganze einfach ein bisschen wilder, ein bisschen intensiver. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn ich beide in Kombination verwende, dass ich das perfekte Ergebnis rausholen würde. Aber beide Seiten gefallen mir irre gut. Also hier mag ich einfach das Intensive sehr gerne. Hier mag ich auch das Sortierte mal ganz gerne. Ich finde sie einfach beide wirklich schön und bin froh, auch beide in der Sammlung zu haben. Ihr kennt mich. Ich persönlich tendiere für mein normales Leben oder für generell eher zu der Last Changer von Catrice, weil dieses Wawawoom-mäßige doch eher meine Welt ist. Ja, zu dem Oberteil würde eher so Silber- oder Perlschmuck passen, aber zum Look dann doch eher der Goldschmuck. Und ich nehme jetzt hier den von Meinpunkt. Und da müsste ich jetzt mittlerweile auch einen kompletten, also einen allgemein gültigen Code haben, dass ihr da 30% bekommt. Ich weiß nicht, ob das Claudie... Nein, wo ist mein Bumpel? Ja, das müsste Claudie 30 sein. Ich habe jetzt einen Ersatzbumpel genommen. Und da kommt auch mein Schmuck-Set her, was ich jetzt gerade umlege. Ist das nicht mein Geburtstag-Set, was ich von meinem Punkt zum Geburtstag gekriegt habe? Claudette, glaube ich. War ganz witzig. Okay, wie viele Codes kann man in einem Video raushauen, Claudie? Ja. Tut mir leid. Es fällt mir gerade nur so ein bisschen ein, während ich hier immer so ein bisschen trödel. Okay, also Schmuck sitzt, Haare können geöffnet werden, denn jetzt widmen wir uns den Lippen. Und da habe ich auch was ganz Cooles, hoffe ich jedenfalls. Also ich habe hier aus dieser mega coolen Catrice Nussknacker Limited Edition den Pas de Deux 1002 Lippenstift. Den habe ich auch noch gar nicht verwendet. Der wartet nur darauf, endlich verwendet zu werden. Dieser Bullet ist einfach eine absolute Schönheit. Also das ist so, so, so hübsch und so gelungen. Also wahnsinnig cool. Hm, gar nicht so leicht den symmetrisch aufzutragen, weil der doch sehr cremig ist. Also sehr, sehr cremig und sehr intensiv. Wow, 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 wow. Was ein Look. Also ich hätte hier noch andere Sachen, um das zu toppen, also um die Lippen noch zu toppen, aber ich glaube, dass das genau so sein sollte und nicht noch intensiver gemacht werden müsste. Ihr Lieben, das ist jetzt mein Full Face mit den Limited Editions, die 2023 bei mir eingezogen sind. Es ist richtig geil. Also ich finde den Look wundervoll. Wirklich das Einzige, was mir noch fehlen würde, wäre halt ein Concealer, der ein bisschen mehr Deckkraft geben würde, dass ich hier so ein paar Geschichten abdecken könnte. Aber ansonsten ist es so ein guter Look geworden. Auch diese Eskalationsgeschichte konnte ich jetzt noch ein bisschen retten. Und ich finde, dass dieses Jahr einfach die Limited Editions, also letztes Jahr 2023, wieder richtig krass unterwegs waren. Und ich bin so gespannt, was die Make-up-Industrie sich für dieses Jahr überlegt hat. Also, ne? Und ich bin auch wirklich gespannt, was Sarah Isabel mit den Produkten angestellt hat, die sie bei sich zu Hause hat einziehen lassen. Ja, da schauen wir heute um 19.30 Uhr gerne gesammelt vorbei, wenn ihr mögt. Und dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wenn Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Und fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.